So, weil Melanie will das nicht zu ihm sein. Komm her, das ist der kleine Lebensretterhund. Ich sehe dich dort, aber ich sehe dich ohne Kopf. So ist besser. Das ist der kleine. Nein, nicht nur horizontal. Weil das ist 16x9 Format. So, jetzt haben wir... Hat er schon einen Film? Ja, er ist drauf. Jetzt haben wir unseren kleinen Wetter. Wie heißt der? Joffi. Das ist der Joffi, der hat das Leben von der Familie gewählt. Und dieser Freund? Das ist die Ebi. 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 Und dieser kleine Joffi ist eigentlich der Wetter von der Familie. Von unserem ersten Clip, was wir gemacht haben. Er hat die ganze Familie, Vater, Mami und Sohn, und noch zwei weitere Personen von Brand, von dem ganzen Haus und von Erstieken. Und eigentlich, das ist ein Wunder von Elohim Achwach, der hat Tiere gemacht, wie lebendige Spielzeuge zu sein, und auch Wächter zu sein in der Familie und uns zu retten von Gefahren. Es ist wunderbar. So ist es. Amen. Danke, Elohim Achwach, für diese Wunder von kleinen Schöpfen, die Hunde. Die hatten diese Wunder bewirkt, die Familie zu retten von Erstieken. Amen.